Fahrzeugverlagerung Das Versetzen eines Fahrzeugs kann die Sicherheit erhöhen und den Zugang zum Patienten verbessern. Rettungsspreizer können verwendet werden, um zusätzlichen Platz von Hindernissen zu schaffen, wobei immer sichergestellt wird, dass sie von einem festen Objekt ausspreizen. Durch die Einführung des Rettungszylinders wird der verfügbare Raum vergrößert und ein vollständiger Zugang zum Fahrzeug und dem Patienten ermöglicht. Der reibungslose Betrieb des Rettungszylinders ermöglicht eine gleichmäßige Bewegung des Fahrzeugs. Als Ergebnis können Sie nun schnell und einfach vollen Zugang zu Ihrem Patienten erhalten. Dies bietet mehr Möglichkeiten zur Befreiung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017